Mein Name ist Monika Frey. Ich habe eine Ausbildung gemacht als normaler KV und habe dann eine Weiterbildung gemacht als Expo-Fachfrau. Angefangen bei der Glencore habe ich als Traffic-Sachbearbeiterin. Ich bin dann nach sieben Jahren als Traffic-Manager befördert worden. Das heisst, ich hatte eine Gruppe von Leuten unter mir. Nach weiteren vier Jahren als Traffic-Manager bin ich dann zum Operation-Manager befördert worden und diesen Job mache ich jetzt seit zwei Jahren. Ich habe natürlich jetzt in diesen 13 Jahren extrem viel gelernt über das Zink. Ich weiss, wie der ganze Ablauf ist, ich weiss, wie das in einer Mine zu und her geht, also wie das Zink abgebaut wird, wie es transportiert wird, wie es nachher in unseren Zinkhütten verarbeitet wird und wie es von dort nachher weiter an die Rennkunft geht. Typisch für Glencore finde ich, dass wir eine sehr flache Hierarchie haben da. Also jeder Job ist gleich wichtig bei uns. Das ist etwas, das ich extrem schätze hier. Wir reden uns auch alle beim Vornamen an, dadurch, dass das Englisch unsere Geschäftssprache ist und auch die Schweizer untereinander. Wir tun uns alle duzen. Also das wird man nie im Träumen. Sicherlich bin ich frei. Wir wollen natürlich alle auch am Erfolg der Firma beitragen. Ich meine, es macht Spass, wenn man sagt, der Firma geht es gut und die Firma hat Wachstum und das kommt auch irgendwie auf uns wieder zurück, wenn man sagt, einer Firma geht es gut. Ich bin ein ganz kleines Puzzleteilchen in diesem 10'000 Puzzle Stück grossen Bild. Ja. 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 Ja.